Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man an der Überschrift schon erkennen kann, wie man eine Datei hochlädt. In meinem Fall ist er jetzt hier bei Upload, aber das Prinzip ist überall fast das gleiche. Ach, was schreibt mich da jetzt schon wieder an? Egal, nicht weiter beachten. Dann geht ihr erstmal auf die Seite, die ich euch auch in die Beschreibung packen werde. Sieht man hier das Hauptmenü, drückt hier auf Durchsuchen, sucht euch eine Datei aus. Entweder hier auf dem Desktop, Downloads, Bilder, Dokumente, Musik oder Videos. Sucht ihr eure Welt oder auch irgendwas anderes, Musikdatei. Wählt zum Beispiel jetzt hier, takes Minecraft aus, klack, fertig ist es. Je nach Dateigröße ist es natürlich auch anders. In meinem Fall war es jetzt sehr klein, aber das macht ja nichts. Das ist dann dieses hier. Sieht man, takes Minecraft TXT wurde hochgeladen. Dann kopiert ihr dies einfach und fügt es irgendwo ein, wo ihr es rein haben wollt. So sieht es dann aus. Könnt ihr hier downloaden. Okay, das war es auch schon. Kommentieren, abonnieren und nicht vergessen. Wenn ihr es richtig geil fandet, dann favorisieren. Aber, ja, man sieht sich in den nächsten Parts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ott mới. Dann geht's.